Deutschlandfunk, Kalenderblatt. 28. September 1898. Heute vor 125 Jahren wurde der Auschwitz-Arzt und KZ-Gynäkologe Karl Klauberg geboren. Ein Beitrag von Martin Winkelheide. Der Frauenarzt Karl Klauberg verhalf ungewollt kinderlosen Frauen zu Nachwuchs. Im Konzentrationslager Auschwitz unterzog er hunderte Frauen grausamen Sterilisierungsexperimenten. Kein Widerspruch. Klauberg war Anhänger der eugenischen Bewegung. Nur gesunder Samen darf ausgesät werden. Eugeniker sahen schon in den 1920er Jahren die modernen Gesellschaften in Gefahr, so die US-amerikanische Medizinhistorikerin Susan Bacharach. Charles Darwins Idee der natürlichen Auslese der Fittesten, so ihr Argument, funktioniere nicht mehr. Moderne Medizin sorge dafür, dass schwache und unfitte Menschen am Leben blieben und sich vermehren könnten. Karl Klauberg wurde am 28. September 1898 in Wuppehof geboren, einem Dorf im Bergischen Land. Er wuchs in Kiel auf. 1919, nach Abitur, Erstem Weltkrieg und Kriegsgefangenschaft, studierte er in Kiel, Hamburg und Graz Medizin. Er erforschte die Geschlechtshormone, die den weiblichen Zyklus steuern. Er hat schon als sehr junger Arzt das für ihn große Glück, dass er in Kontakt mit der Firma Schering kommt, die ihn wesentlich unterstützt. Gemeinsam mit dem Pharmaunternehmen Schering entwickelte er einen einfachen und kostengünstigen Fruchtbarkeitstest und ein Hormonpräparat. Es sollte bei Frauen mit verengten Eileitern die Chancen auf Nachwuchs erhöhen, so die Medizinhistorikerin Astrid Lay von der Gedenkstätte Sachsenhausen. Das war eine Flüssigkeit, die man dann in die nicht richtig durchgängigen Eileiter injiziert hat, sodass die durchgängiger wurden und einfach nach dem Eisprung diese Eier kommen und sich auch einnisten konnten. Da hat er große Erfolge damit gefeiert. Entwickelt hatte Klauberg das Verfahren in Königsberg. 1940 wechselte er als Chefarzt an zwei Kliniken in Königshütte in Oberschlesien. Hier begann seine Suche nach neuen Verfahren zur Unfruchtbarmachung. Bereits im Juli 1933 hatte die deutsche Reichsregierung das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses beschlossen. Sie legitimierte damit, dass sogenannte erbkranke Menschen auch gegen ihren Willen unfruchtbar gemacht, also sterilisiert wurden. Das schloss Menschen ein, die ihrer Ansicht nach genetisch defekt waren, also Menschen mit kognitiven Einschränkungen oder psychischen Krankheiten, Menschen, die taub oder blind waren oder Epileptiker. Aber auch, wie wir heute sagen würden, Vertreter ethnischer Minderheiten, Juden, Roma und andere, die unter dieser Kategorie fielen. Karl Klauberg war bereits im Mai 1933 in die NSDAP und die Nationalsozialistische Kampforganisation SA eingetreten. Der ist ein ausgeprägter Antisemit gewesen. Von Königshütte aus suchte er Kontakt zu SS-Reichsführer Heinrich Himmler und bekam im Herbst 1943 das Angebot, seine Experimente im Arbeits- und Vernichtungslager Auschwitz fortzuführen. Klauberg setzte auf ätzende Flüssigkeiten, die die Eileiter unpassierbar und Frauen so dauerhaft unfruchtbar machen sollten. Er kommt in dieses Lager und erhält die Möglichkeit, an der Rampe sich die Leute selber auszusuchen oder der Lagerarzt ist von ihm entsprechend instruiert und sucht die Opfer für ihn aus. Die Opfer, so die Medizinhistorikerin Astrid Lai, waren junge jüdische Frauen, untergebracht im Versuchsgebäude von Auschwitz im Block 10. Und da kriegen sie natürlich auch schon mit von Frauen und Mädchen, die bereits operiert wurden, dass die vor Schmerzen schreien, dass die im Fieber deliert, das ist einfach eine furchtbare Situation. Im Sommer 1944, als die Rote Armee vorrückte, verließ Klauberg Auschwitz. Im Juni 1945 wurde er festgenommen und an die Sowjetunion ausgeliefert. Im Oktober 1955 wurde er auf Betreiben der Bundesregierung im Rahmen der sogenannten Heimkehr der 10.000 aus der Kriegsgefangenschaft entlassen. Der Zentralrat der Juden erstattete Strafanzeige gegen Klauberg. Karl Klauberg starb 1957 in Untersuchungshaft an den Folgen eines Schlaganfalls. Die Beweisaufnahme stand da noch ganz am Anfang. Überlebende Frauen haben nie erfahren, was genau Klaubergs Experimente in ihren Körpern angerichtet haben. Die Beweisaufnahme stand da noch ganz am Anfang. Sieuten uns zuerst sehen, was die awards Klauberg arbeiten oder herunterlDaüberg am Ende derzinho öffnen müssen. Vielen Dank.